Oh fuck, ich hab mich gesehen! So, wir switchen jetzt als letztes Game zu Little Company mit dem Morty. Das war ja auch ein bisschen Horror am Abend heute. Das einzige was du machst? Oh, Moment. Genau, das wär jetzt halt so in-game. So haben wir den immersiven Effekt. Und wir müssen irgendwie über Walkie Talks miteinander sprechen. Ich hab aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Read the manual. Press Z to inspect closely. Wow! Das ist einfach schwarz, ich seh egal. Was ist das denn? So wie ich es verstanden habe ist, wir suchen jetzt erstmal aus, wo wir hinfliegen wollen. Weil wir jetzt in so einem Raumschiff sind. So ein Planet halt oder so ein Mond. Und auf dem Mond müssen wir also grundlegendes Items sammeln. Und die Items hier ins Luftschiff bringen. Alter, wie rennst du denn? Das ist doch! 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 Oh! Das klingt doch gut! Wir müssen noch kurz warten, weil unsere Sachen, die wir bestellt haben, werden jetzt angeliefert. Das heißt, wir müssen hier kurz chillen. Weil irgendwie müssen wir nach oben gucken, irgendwo landet das Zeug jetzt vielleicht. Das sag ich nur so... Da oben ist was rotes, in so'n roter Punkt. Sollte die Sonne sein, halt? Was? Da ist die Sonne? Eigentlich kommt das Licht ja von links. Also... I used confusion. Kann ich auch irgendwie hauen oder schießen oder irgendwas? Nö. Ah, da kommt die Lieferung. Da kommt sie. Ah ja. Alter, was ist das? Eine Taschenlampe und ein Walkie-Talkie. Muss ich mal gerade gucken. Irgendwo konnte man nochmal so'n Scan machen. Rechte Maustaste ist so'n Scan. Rechte Maustaste ist so'n Scan. Müssen wir irgendwo den Eingang finden? Von dieser Basis, wo wir rein sollen? Da ist Main Entrance. Wenn du rechte Maustaste drückst, dann musst du den Scan. Genau, da müssen wir rein. Aha. Jawoll. Genau, richtig. Machst du die Maustaste, kannst du immer gucken, ob hier Items sind. Und die müssen wir dann halt... Oh shit! Was war das denn? Das war kein Item. Das war kein Item. Oh mein Gott! Der kommt. Lauf! Oh mein Gott, was ist das denn? Was sollen wir denn da machen bei dem Vieh? Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden hier. Lass mal hier links lang gehen. Oh, was ist das denn? Eine Flashbang. Ah. Oh, das war halt hier schon, ne? Wo bist'n du? Hallo? Ich hab Morty verloren. Oh, da ist er wieder. Irgendwie funktioniert das Funkgerät nicht. Kann das? Morty? Hallo? Äh. Oh, was ist das? Wo ist denn der Morty hin? Morty ist tot? Oh. Ja. Und ich bin wahrscheinlich jetzt auch tot. Mayday. Mayday. Morty down. Morty down. Morty, wo bist du denn? Jetzt kann der Morty gar nicht mehr hier hinkommen? Doch, du kannst doch Zeug sammeln, ansonsten nichts weiter. Hä? Ja, aber das ist doch... Warte, macht der Morty jetzt? Macht der Morty gar nichts mehr? Das ist doch doof. Oh, das ist ne Landmine. Okay. Ja. Dann heben wir mal ab, hä? Keine Sorge Morty, ich hebe jetzt ab mit dir. So, wie funktioniert denn der Spaß? Startchip. Morty ist wirklich gestorben. Great D, das war schon mal ein guter Start. Stabgebogen hast. Und haut nicht direkt weg, ey. Ich bin hier voller Schrocken, ey. Meine Güte. Ich hab das so typisch, ey. Kommt man gerade rein, ich geh ums Eck und zack, ist es nicht aus. Aber die Taschenlammen halten dich lang, ne? Äh, ich glaube nicht. Ich hab auch die ganz normalen Taschenlammen. Ich weiß nicht, ob das bessere sind. Das einzige hier zum Beispiel ist so ein Ding, wo du Sachen aufladen kannst. Also, wenn es die Taschen aufladen können, nochmal reingehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie immer eine Reihe ist von Monden oder so. Die man durchmacht. Ups, Entschuldigung. Hast du mal Taschenlammen bestellt? Ich hab keine mehr. Okay, zwei Flashlights sind on the way. Was ist denn das hier? Hier, welche komischen Krabbelviehchen. Ah. Das ist der Löwe hier? Der ist der gleiche irgendwie. Keine Ahne. Der hier ist nicht nochmal rechts, Alter. Sonst werde ich gleich weggesnackt hier. Sonst noch was? Nö. Okay, man. Oh, dann viel kommt. Ähm. Oh, der ist aber ziemlich aggressive. Was soll das? Der hat Bock halt, ne? Ja, ich hab keinen Bock auf ihn. Jetzt sind wir da. Jetzt ist er wieder weg. Aggressiver Manne. Wollen wir uns ein bisschen Musik anmachen? Kann man hier rüberspringen? Oh, guck mal. Jut. Äh, ich komm da nicht hoch. Was ist denn da jetzt passiert? Oh, Morty, du sollst doch nicht mal sterben. Was ist denn hier los? Oh, ich bin auch tot. Hä? Der ist ja übel aggressiv. Ich hab den ja gar nicht gehört. Das war wie, als wenn der jetzt in mir reingespawnt ist oder sowas. Ich hab ihn auch nicht gehört. Das hat nur Knack gemacht, dann war ich weg. Ach, hat der dich auch getötet? Ich hab gemeint, du bist da runtergefallen oder so. Oh Gott. Nein, nein. Ich hab gewartet, bis du rüber gesprungen bist. Und dann wollte ich auch rüber. Oh Gott. Und auf einmal macht's knack. Ich versteh das Spiel aber auch gar nicht, ey. Gibt's da auch einen anderen Mode, der vielleicht nicht so offensiv ist? Gibt's da auch so für einen für Noobs? Ja, das ist die Frage, ne? Ich hab nicht mal mitbekommen, dass du tot bist auf einmal. Ja, ja. Ich hab sogar geschrien. Irgendwie erschrocken habe, ey. Das ist aber mega weird. Ich hab nur gesehen, dass deine Taschenlampe da lag. Wunderschönes Game. Richtige Pros hier, oder? Ja. Ist ja genau das gleiche von gerade, oder? Ich hab aber einen anderen jetzt gewählt. Hazard Level B. Hä? Der B klingt doch gut. Der B ist super. Kommen wir in unsere Lampen. Wunderschöne Musik. Oh, full of power. Let's go! Da ist er. Oh. Fängt ja schon super an. Das ist aber eben genau das gleiche. Hallo? Hallo? Wo bist'n du? Wo bist'n du? Nächste Ruf. Nächste Ruf. Nächste Ruf. Kvara, du bist ja auch hier unten. Dass man geradeaus durchgehen. Ja. Der ist da, pass auf. Ja, ja, ja. Also das Prinzip des Spiels ist, nicht fressen werden, einfach Items sammeln. Oh! Scheiße, ist der aggressive. Geh mal! Aber zu deiner Aussage kann ich nur sagen. Richtig! Junge, Junge, Junge. Richtig! Oh, hinter uns war er gerade. Oh, was ist'n das? Kann ich mitnehmen. Meine Hände sind voll. Jetzt musst du leuchten. Warning, Increased Level of what? Radiation. Du musst leuchten, ich muss laufen. Wir müssen zurück zum Schiff. Ich hab was geiles mitgenommen hier. Du weißt, dass das keine gute Idee ist. Mir den Weg zu... Äh... Ding goes brrrra. Hier, komm mal raus. Jawoll! Fette Beute hier. Guck mal, easy. Gar kein Problem. Äh... Wieso läuft jetzt hier so'n riesen Robot herum? Äh... Ich glaub, du hast den aktiviert. Kann das? Ich hab gar nichts gemacht. Das sagt er mal dem da oben. Oh fuck, hab ich mich gesehen! Woah! 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 Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Oh! Ich muss rein! Ich kann nicht rein! Ich komme... Ich komme nicht rein! Ich seh nix mehr! Ich bin tot! Der hat mich! Oh! Ich kann nicht mehr meine Augen, ey! Ich kann nicht mehr! Boah, Alter! Boah! Boah! Ich kann nicht mehr! Boah! Oh! Scheiße! Was ist hier grad passiert? Oh! Junge! Boah! Ich hab grad so geweint, ne! Oh! Ich bin grad einfach... Ich wurde einfach durch die Gegend geschossen wie nix, ey. Ja! Ich auch! Oh, ich hab's doch irgendwie noch ins Schiff geschafft! Ja, was zum Teufel? Was is'n da sind das für Monde, Alter?! Ja, was ist denn hier ein guter Mond für Noobs? Das ist das Geilste, du springst in das Ding rein. Wow, fuck, fuck, fuck. Und du siehst so, wie die Raketen einfach in dieses Raumschiff reingeschossen werden. Ja, das war es ja gerade. Ich habe es reingeschaffen, dann sehe ich diese Raketen auf mich zufliegen. Nein, warte, wir müssen das doch... Was denn? Ja, scheiß drauf, ohne... No, no! Dennis! Oh, scheiße, Mann! Ja, war sehr, sehr geil hier. Geiler, geiler Mond hier. Ja, nice. Lass mal wieder wegfliegen. Oh, scheiße! Voll der geile Mond. Ja, war schön hier, schönes Wetter. Tschüss! Ich habe wohl vergessen, dass der da oben ist. Boah. Sehr schön, sehr schön. Ich habe wohl vergessen, dass der da oben ist. Ich bin einfach voll da runtergestockt. Er springt da einfach runter. Oh, was ein Gägen. Wie zum Teufel kann man jetzt diese Challenge abbrechen, Mann? Oh, ich glaube, wir sind schon am Boden, ey. Boah, nee. Oh, meine Augen treten. Weine nicht. Ja, ich gebe mein Bestes. So, ich habe auch zwei Taschen dann bestellt. Sind wir schon gelandet? Ich habe nicht gestartet. Ich habe nur alles bestellt. Ach so. Okay, dann schade ich. Ein Traum. Das war herrlich. So, das ist ja der gleiche Mond. Ja, ich sage, es ist alles gleich. Ich habe auch bestellt. Die Lieferung müsste vielleicht kommen. Wir können, was natürlich auch geht, was ich auch mitbekommen habe, es gibt auch andere Eingänge als den da vorne. So. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los aktuell? Also. Ich weiß ja nicht, was du jetzt wieder angestellt hast. Ich denke doch nicht daran, dass das Game so schlau programmiert ist, dass ich von dem Ding erschlagen werde. Alter, ist das bescheuert. The laziest employee. Alter, ich wurde von dem scheiß Ding erschlagen. Sag mal, Dennis, was machst du denn da? Alter, ich wurde von dem Ding erschlagen. Alter, ich kann nicht mehr. So, wir versuchen es jetzt nochmal, ne? Ja, jetzt mache ich gar nichts mehr. Nur nicht unterspringen. Langsam, langsam. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Bleib in die Beziehung. Ich habe jetzt kein Bock mehr. Ich habe Angst. Aber das ist doch exakt das gleiche, oder nicht? Das ist das gleiche, ey. Ich habe jetzt was anderes bestellt als letztes Mal. So, ich stelle mich jetzt hinter dir, damit mir nichts passiert. Gleich geht der Roboter dann wieder los. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Die scheiß Musik hat ja auch noch abgespielt, wo der mich erschlagen hat. Dahint ist auch noch eine Leiter, siehst du? Ja. Vielleicht können wir da auch hoch. Okay, das sieht nicht so aus, als wäre hier noch ein Eingang. Nee, das sieht überhaupt nicht so aus. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Warum bin ich denn jetzt hier unten? Ich komme nicht mehr hoch. Willst du hier hochlaufen? Ah, ich hoffe. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Was ist denn da jetzt für eine Schlimmste? Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder was? Super Game. Du musst mal hier weiter, hier. Das sieht jedenfalls nicht so aus, nicht? Danke für die Musik, Mignon. Na, ich komme mir nie irgendwo. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, oder? So, ich glaube, ich kann da noch eine neue Lobby aufmachen. Jetzt mal ohne Witz. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Oh, hier bist du schon was da oben. Guck mal. Der rutscht aber immer. Ich glaube das jetzt echt nicht, ne? Ey, das ist doch nicht mehr normal hier. Oh, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich unter der Erde. Ich möchte betonen, dass ich jetzt gerade unter der Erde war. So, ich habe jetzt einen anderen Mond gewählt. Ja, wir haben auch andere Anzüge jetzt, lustigerweise. Dieses Spiel macht betroffen. So, das sieht ein bisschen anders aus. Guck mal. Das sieht anders aus, mit dicken, fetten Kürbissen. Geil, ich sehe keinen Roboter. Das heißt, wir kommen safe wieder raus. Das ist ein Eingang. Da hinten ist der Eingang, okay? Dann warten wir gerade noch auf die Lieferung hier. Ja. Na, dann mal rin, ne? Okay. Das ist schon wieder so ein radioaktives Ding. Ach, schon eins? Ja, dann nehmen wir das doch mal. Wenn du leuchtest, dann nehme ich das Ding mit. Ja. So, okay. Warte, ich lege sie hin, ich lege sie hin, dann können wir noch mal rein. Ah, das ist eine recht gute Idee. Dennis? Hallo? Da bist du. Frage ist, ob wir auch wieder so ein Vieh sind. Okay, keine Ahnung. Da ist eine rote Tür. Oh. Ich bin gerade irgendwie raus. Ein weiterer Ausgang. Okay. Was ist das? Oh, hier. Ich habe ein Riesending. Äh, hier, hier. Hier. Ja. Da ist was. Okay. Junge, 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 was war das? Das ist eine gute Frage. Sollen wir mit dem Loot erstmal weg, dass wir ein bisschen Geld haben? Ja, ja, komm. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Ist eine gute Idee, ja. Okay. Ja, das ist doch ein vernünftiger Mond. Dann gehen wir nochmal hin. Ja, ja. What the hell? Hä? Was war das denn? Was ist denn jetzt? Ich wurde einfach aus dem Leben genockt. Was zum Teufel ist gerade passiert? Hä? Da ist einfach ein riesiger Wurm aus dem Boden rausgekommen. Ein Wurm hat mich gefressen. In der Muppen kann sie für dich behalten. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Hä? Was ist jetzt genau passiert? Da ist irgendwie ein Wurm aus dem Boden rausgekommen. Ein Wurm aus dem Boden rausgekommen. Ich wurde einfach weggenockt von dem Vieh. Der Boden hat gerappelt und dann war ich tot. So viel zum Anfänger, Modus. Ja, aber wirklich. Äh, schön. Weil ich hab nicht mal einen Wurm gesehen. Ich war auf einmal einfach tot. Hä? Da ist doch wieder die erste Map, oder? Ohne Robo, ja. Und ohne Kürbisse. Unglaublich. Das wurde auf einmal still. Ich gucke nach hinten, sehe diesen Monster, Wurm haben wir vorbeifliegen. Denk mir, okay, denn es wurde gegessen. Ich hab nicht mal was gesehen. Bei mir hat nur der Boden so ein bisschen gebebt und dann war ich weg. Oh, das war's. Ich hab hier schon ein Ding. Noch eine. Ja, leg mal hin. Ich bin mal raus. Ja, ich bring's nur raus. Alter, muss... Wie tanzt denn da einer? Wie hast denn du getanzt? Äh, auf 1 tanzt du. Ja, genau. Oh, hier ist ja gar nichts. Nee, hier bin ich. Oh, herrlich. Hey, schon kommt die Mucke auf einmal her, ey. Und dann noch das Potsch. Was denn? Was war das? Was denn? Hä? Was für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Hä? Fußburen. Fußburen. Oh, jetzt sind wir aber richtig dick gegangen. Ich weiß den Weg gar nicht zurück. Da wäre ein Ausgang. Was ist bei dir? Bei mir ist nix. Oh ja, Exit. Mhm. Was ist denn das hier für ein Raum? Oh, ist nix. Oh, der nützt. Ich bin hier oben, ich komm runter. Meine Tasche noch was leer. Was machen wir jetzt? Oh, scheiße, meine ist auch leer, glaube ich. Oh, ich seh halt gar nichts, ne? Ja, jetzt wird lustig, komm. Ich seh halt nothing. Nothing, nothing, nothing. Was passiert denn, wenn wir jetzt beide jetzt stemmen? Ist unser Loot dann weg? Wahrscheinlich. Hier ist ja, warte, ich hab nen Schlüssel. Wo wissen du? Hier. Ah, moin. Ich scanne die ganze Zeit, ich hab nen Schlüssel gefunden. Das Problem ist, ich kenn den Weg raus nicht mehr. Ja. 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 Was haben wir denn hier für einen Weg? Was du tust? Keine Ahnung. Ach, hier ist wieder was zum Rüberjumpen, aber ich seh nicht, wie, wo, was, warum. Ich glaub, wir müssen langsam raus hier. Ach, hier ist die Entrance, da vorne, jawohl. Bring du schon mal, ich hol das eine noch schnell. Okay. So. Wir werden reich. Jawohl. Und kaufen uns Porsche. What? Oh, let's go. Das war ein dämlicher Tanz, ey. Company Building? Glaub schon. Ich muss eingeben, Company Building. Ah, ja. Passt. Hoffen wir mal, dass richtig ist. Das sieht gut aus. Ja, das ist das Company Building. Wir müssen jetzt, glaub ich, die Sachen nehmen und die da verkaufen. Schon auf die Klingel gedrückt, aber irgendwie. Äh. Hä? Das ist Luca wieder. Ich glaub, wir haben gelb gekauft. Guck mal, die ist ja übel, die Pro Flash. Da, guck mal. Ah. Hast du Items bei dir? Taschenlampen. Ja, das schmeißen wir auf den Boden. Ähm, was ist dir jetzt schon wieder passiert? Du hast den Verkäufer verärgert mit deiner Klingel. Achso, dann hat er hier so ein Vieh auf mich gejagt, oder was? Du hast jetzt die Super Flash da, ne? Soll ich mal so eine kaufen? Ich habe gekauft, diese. Alright, let's go. Ist nix. Wie, so ein geiler Raum und nichts. Ja, ist schon ein bisschen traurig, doch. Oh, hier haben sie aber Bock, hä? Äh. Mein Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Gehst du zurück? Gehst du durch? Team League detektiert. Ja, sehr. Kannst du es aufschalten, oder so? Ich weiß es. Ich sehe nichts. Ah, da, Ventil. So. Ah, nice, nice. Okay, jetzt kann ich durchgehen. Hier ist aber nichts, lustigerweise. So eine Scheiße und da ist nichts. Toll. Sehr interessanter Raum wieder, ja. Ist nochmal. Dampf. Mehr Dampf. Morty? Ja? Wo bist denn du? Ich bin ein bisschen weitergelaufen. Und dann zu der right, zu der right. Bei mir hier hinten war noch ein wenig. Das ist ein Sauerraum, ja. Aber was ist denn hier? Aha. Ah. File. File. Ja, aber irgendwie war da nichts drin, ne? Nee. Irgendwie, ich fühle mich nichts zum Looten. Morty? Wo bist du denn? Ich bin reingegangen. Oh mein Gott, ich habe gedacht, du bist irgendwie gestorben oder so. Was ist das denn? Ein Spinnennetz. War das vorher auch schon hier? Oh, guck mal, der hängt da drin fest. Hey, noch ein Spinnennetz. Ah, guck mal. Oh, moin, moin. Hey. Oh, guck mal, ist das alles von euch? Wo spinnen denn sie hier? Hm, das fies da auf jeden Fall in der Tür. Wir müssen da leider auch landen. Hey, warte mal. Der scheint nicht böse zu sein. Der hat mich gerade verfolgt. Nee, aber der macht nichts. Nicht? Was ist denn der jetzt? Was ist denn für ein Geräusch schon wieder? Der ist aber echt nicht böse. Guck mal. Okay. Oh, der ist aber böse. Der ist böse wahrscheinlich. Der ist aber böse. Fuck, fuck. Das war interessant. Morty? Bist du aussehbar als das Baby? Morty? Hallo? Ah, da bist du. Achso, ich hab's geschafft. Ja, wieder rein, oder? Ich glaub, da war die Mama. Kommen wir da vorbei? Das war wohl die Mama. Ja, das sah jedenfalls so aus, ja. Das hört sich schon so an, als ob der hier neben uns wäre. Holy shit. Oh, was ist denn los? Ja, gut, dann können wir nicht weitermachen. Nee. Also das Game überzeugt mich jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Die Jute. So. Volle Power. Was wir auch machen können, der Fire Exit war doch immer, ist jetzt hier an der Seite. Wir können auch direkt da reingehen, oder? Ja, mach ich auch, ja. Vielleicht sind wir da direkt guten Loot oder so. Oh mein Gott. Fuck, Alter, das war richtig knapp, ey. Das war sehr knapp. Scheiße. Irgendwie bin ich grad voll verwundet, glaub ich. Okay, dann können wir grad wieder runter und zum Main Entrance gehen. Meinst du? Der kämpft doch safe an der Tür jetzt. Alter, der hat die Tür selber aufgemacht, oder? Ja, der hat sie selber aufgemacht. Junge, 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 Junge. War schon übel. Hier ist nix. Okay, der sollte noch nicht runterspringen. Nee. Okay, warte. Warte. Da ist was geradeaus durch. Siehst du das? Oh, fuck. Ah, easy. Da ist was. Weil da ist im Koffer oder sowas lag da. Aus dem Lüftungsschacht. Aus dem Lüftungsschacht. Ah. Was ist denn da für ein Ding? Oh, was ist das denn? Ein Wurm. Ja, aber es sieht hier ekelig aus. Hm. Okay. Fußspuren. Fußspuren. Oh, guck mal da oben an der Decke. Siehst du das? Oh, das sieht gefährlich aus. Weil es jetzt springt runter? Ich habe da so ein Gefühl, dass der von oben auf dich drauf fällt einfach. Hm. Was ist da hinten? Irgendwie sind hier nur Schlüssel, ey. Da hinten ist halt noch eine Tür, wo der Wurm drüber hängt, ne? Hm. Ja, komm. YOLO, oder was? YOLO! Verfolg dich. Ja? Verfolg dich. Oh ja, ich bin tot. Ich sehe nichts mehr. Dennis! Ich sehe nichts mehr, sagt er. Der Wurm baut seinen Kopf drauf, ey. Oh, Mann! Und so wurde Dennis tausendmal geflüßelt. Ja, das ist... Ich frage mich gerade, ob ich da etwas hätte machen können, aber ich glaube nicht, oder? Ja, zumindest nicht danach raus. Wo ist denn jetzt denn keiner loot? Ich glaube, ich bin in diesem Spiel mehr verreckt, wie in den meisten anderen, da. Oha! Wie kommst mit? Wie sieht das denn aus? Oh mein Gott! Sieht aus wie ein Lappen, ey. Was ist das denn? Ich glitsche ja komplett durch die Welt. Selbst wenn der Tod ist, hat er dann zu dringen. Meine Güte. Ich bin nur aus... Ich bin nur aus... Ich bin aus Gummi. Oh, komm mal. Krieg 5 Dollar für ihn. Cool. Ich bin komplett aus Gummi gewesen, ne? Ich habe echt nichts mehr gesehen. Das Ding war auf meinem Kopf drauf. Let's go! Oh, es regnet. Oh. Was ist denn das für ein Scheißwetter? So, eine Sauwetter hier. Okay. Oh mein Gott, was war das? Das war ein Blitz. Wow! What the hell? Wie soll ich denn da, meine... Wenn ich zu meiner Taschenlampe renne, bin ich tot? Ich sehe das schon, komm. Ich werde es auch verstellen. Pass auf, ich hole das Ding im Bett. Ich sehe, ich sehe es schon. Hier ist ein Ghettoblaster. Die Boombox habe ich gestellt. Okay, Dennis, let's go. Ja, die Mucke läuft schon. Alright, let's go. Oh, direkt Lagerraum hier. Guck dir das an. Wow! Und nichts drin? Ja, doch, hier. Ja, Mann. Auf Blech. Eine Platte. Oh! Oh, oh, oh. Okay. Da rennt schon ein kleines Würmchen oben. Man hat die Tür da hinten aufgemacht. Soll ich dir mal ein bisschen Musik hier an die Ohren bringen? Ja, mach mal. Ey! Oh! Oh! Aha! Ja! Oh! Oh, je! Schogel! Oh! Very interesting. Interesting hier. Interesting. Es war so groß. Ah, ja! Oha, let's go. Jetzt geht's aber ab hier. Also ich boxe dich mal durch den Dampf durch. Jawohl. Oh, okay. Doch nicht. Aber warum denn nicht? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Oh! Oh, der ist aber schnell. Ja, der ist ziemlich schnell. Was hat denn da jetzt für ein Schlabber? Das ist Schleim. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ne, ist auch rot. Oh, der kommt aber nicht durch die Tür. Ja, hä? Wir müssen aber durch. Oh nein! Die Boombox hat keine Batterie mehr. Ja, dann müssen wir uns einander wegsuchen, ne? Kommen wir jetzt da nicht weiter. Hier vorne war ein bisschen monst. Oh, oh! Autopilot. Wir müssen... Irgendwie... Ist vielleicht jetzt mittlerweile weg? Ah, nicht klar. Ich mach die Tür auf. Wir müssen das Outrun irgendwie. Dass es kommen, bis es drin ist. Und dann außen rumlaufen. Und dann... Rum, rum. Ist ja bloß, da kommt die Treppe, ne? Doch, 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 doch. Oh, wir können hier runter. Dennis, komm her. Komm her, komm her. Ja, weil... Ich lass den nur kurz hochkommen. Hier wäre jetzt was... Hier wäre es frei, ne? Let's go, let's go, let's go. Verarscht! Boah, haben wir den... Haben wir den ausgespielt? Das ist ja unglaublich. Jetzt nochmal der Ausgang, scheiße. Gott, was ist ein Sch... Nein, unser Raumschiff! No! Missing. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020